Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Nein, das kann ich nicht, ich werde nicht spekulieren Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Ich habe auch beides an den CDU gewählt und hoffe, dass Helmut Kohl die wohl gewinnen wird, weil er sich bewährt hat Aber ich glaube, dass es sehr spannend wird, wobei ich denke, dass Schröder das Rennen machen wird